Mein Name ist Jesche, Jesche Udo Regel, und dieser Vorname Jesche ist ein tibetisches Wort. Er ist mir geblieben aus meinem Ordinationsnamen. Ich bin im Alter von 22 Jahren zum buddhistischen Mönch geweiht worden. Das war 1980 in einem Tempel in Woodstock, New York. Und danach bin ich wieder nach Deutschland gekommen und habe hier geholfen, verschiedene Meditationszentren für eine tibetisch-buddhistische Richtung einzurichten, aufzubauen. Das war das Schloss Wachendorf, Kamalashila-Institut in der Eifel. Und dann später ein Retreat-Zentrum, wie wir sagen, im östlichen Windecker-Ländchen. Ja, das ging bis 1997. Dann habe ich meine Mönchsroben wieder abgelegt und bin seitdem als Freiberufler tätig und unterwegs und gebe jedes Jahr sehr viele Seminare, Land auf, Land ab, Retreats, Vorträge und bin verheiratet. Und zusammen mit meiner Frau haben wir hier in Bonn-Poppelsdorf einen Raum für Stressbewältigung, für Achtsamkeit. Und da gebe ich auch buddhistische Meditationskurse und Abendkurse. Das wäre, was ich ein bisschen über mich sagen kann. Und vielleicht gibt es ja mal eine Gelegenheit, sich in persona irgendwo zu begegnen und miteinander zu lernen, zu üben, zu meditieren. Es würde mich freuen. Dankeschön.